Geht's weiter? Ah, cool. Boah, sieh dir das an. Der reinste Palast. Das nenne ich mal Stil. Lass mich den Anblick genießen. Ach du Kacke, wo ist denn da was? Unten rennt einer rum. Ich muss ja jetzt aber nicht alles nachsuchen, oder? Oh Gott. Ja. Alter. Der Netfighter, oder wie? Schön putzen alles. Ach toll. Was? Was? Jetzt hört auf! Ah, ein Sinn her. Okay. Und nun? Ah, jetzt muss ich den Rest noch suchen. Ganz toll. Was? Also hier ist was? Neuer Scan-Zyklus. Modul Gliedmaße. Bein links. Nicht gefunden. Ah, na toll. Und wo soll ich jetzt danach suchen? Bei meiner Kühleinheit. Diese schnurrbärtigen Perversen müssen sie in den Wartungsraum gezerrt haben. Bin schon unterwegs. Hier war es mal echt schön, bevor alle umgebracht wurden. Ein wirklich tragischer Anblick. Aber wo soll ich jetzt keine? Hey? Ja. Oh, geil. Schaut doch mal nice aus hier. Alter, was ist denn das bitte? Schaut hier aus. Zum Glück sind die Dinger nicht aktiv. Okay, jetzt. Oh, oh. Ja, auf jeden Fall. Ah, cool. Was war jetzt das? Keine Ahnung, was es war, aber... Ist da vielleicht irgendwas noch? Hey Charlie, warum konnten Sie nicht einfach überall normale Schlösser anbringen? Solche mit Zahlencodes und so. Wahrscheinlich, weil dann jeder, der den Code gehackt hätte, ohne Berechtigung die Schlösser hätte öffnen können. Ja, aber jetzt kommt man einfach durch, wenn man die Rätsel löst. Das schafft doch jeder. Vielleicht schafft es jeder. Das schafft es immer noch nicht so, wenn man die Rätsel löst, wenn man die Rätsel löst, Oh, nice. Lüchser. Alter, du Arsch. Ein Stück Scheiße. Wahnsinn, Herr. Einmal mein Ruhab. Diesen Scheißviechern. Nee, hab ich nicht. Hm. Lustig. Was für ein Käse. Ah, dort ist eine Kiste. Ist ganz gut. Sämtliche Ressourcen hier. Scheiße. Da müssen wir rauf. Charles, wie sehen die speziellen Neuro-Konnektoren von Setschenovs Team aus? Auf den speziellen Neuro-Konnektoren steht der griechische Buchstabe Gamma. Und sie sind wie Armbänder geformt. Man trägt sie am rechten Arm. Gamma? Was ist mit Beta? Oder sind das die gefälschten Konnektoren, von denen du gesprochen hast? Die falschen Konnektoren tragen tatsächlich den Buchstaben Beta. Aber die Beta-Konnektoren waren anfangs echt. Äh, verstehe ich nicht. Die ersten experimentellen Prototypen der Neuro-Konnektoren mit Entscheidungsbefugnis hießen Beta-Konnektoren. Es gab nur zwei davon und Dr. Setschenov hat sie so entworfen, dass sie wie Ringe aussahen. Okay, und was ist mit ihnen passiert? Nach Abschluss der erforderlichen Experimente nahm Dr. Setschenov diese Ringe von der Liste der speziellen Neuro-Konnektoren. Daraufhin wurden verbesserte Gamma-Modelle für die Wissenschaftler angefertigt, die wie Armbänder aussahen. Eines für jedes Mitglied seines Teams. Dann gibt es also nur sieben dieser Gamma-Konnektoren. Für Vavilov, Korolev, Kochatov, Lebedev, Pavlov, Filomonenko und Chelomey? So ist es. Eieieieieiei. Ja, klar, sicher. Was? Ah! So, jetzt so. Eieieieieiei. Eieieieiei. Ah, toll. Na, schau mal hin. Wichser. Hurensohn. Hurensohn. Alter. Weißt? Wir können jetzt so eine Aktion. Aus. Warte. Aber, ich häng hier hinten fest! Mit einer Flachwüchsle. Ja, durch die Wand. produces hässliches Gesicht... sicht kann ich auch wie gefällt dir das hat er lade halt mal nach darüber du kleiner fixer das bitte mal für mich man hat ja ja mein gott ohne witz wahnsinn hat er hinten fest ja gott sei dank ja genau was mich so angast ist dass das wechseln wird immer schlimmer hier mit dem ganzen scheiß da lade dich mal gescheit nach gar nichts weil es hier einfach ein super update gab da muss ich mich die ganze zeit aufregen das update ist für den arsch geht rein das wäre möglich alles klar das ist jetzt wahnsinn wahnsinn ah ok wie ist das ich da das runterfliegt ah du hast die wartungsräume der anlage erreicht major eins der beine meiner lieben claire ist ganz bestimmt dort ja ja auf auf und davon was ist das solche roboter habe ich noch nie gesehen dieser roboter ist im nahkampf sehr gefährlich ich habe gemerkt deshalb kriege ich alles auf die schnauze ich habe das komm schon aber geh halt weg und das ist scheiße alter schwede Alter Oh, komm schon Oh nein Komm, 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 komm da hin Ach, der war jetzt nicht Oh Mann, du Wichser Wahnsinn Scheiß Textteil Tja, was haben wir denn hier Und hier ist dein Bein Diese Selbstreparatur ist ja cool Daten unvollständig Was ist denn Warum können wir das Modul diesmal nicht lokalisieren Ich kann leider nicht helfen Es gibt eine Störung auf dieser Etage Mögliche Störquellen könnten eine elektromagnetische Abschirmung Oder ein langes gestrecktes Objekt sein Ein großes längliches Objekt Klingt ja merkwürdig Ja, das wird ein Gräber sein Der Graber Ach, halt auch Alter, es läuft doch nicht weg Na toll Komm hier rüber Alter Ein Gott Das geht es auch noch zu Was war jetzt das für eine Aktion Alter, wie viel sind denn hier Was soll ich denn damit machen So, jetzt brauchen wir dann wirklich mal Muni Irgendwie Oh, was ist denn das Weh, das passiert jetzt was doof ist Weil ich hab keine Munition Ah Ah, toll Hm, ich hab gar keine Munition Was Oh, scheiße Charles Ist das der Prozess, den ich gerade aktiviert hab Lauf Wohin denn Hey, hey Scheiße, was soll das Junge, war das eine Verarsche? Du scheiß Metall Arschloch Du hast mich fast zu Tode erschreckt Das war knapp Ja, scheiß drauf Wenigstens hab ich den Arm Der hier sieht richtig aus Suchen wir den Rest Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Oh nein Warte, ich will hier weg Was ist denn hier da ausgaben? Alter Und ich hab kein Muni Hier ist alles so ne ganz Bachert Ja toll Ja toll Ihr Wichser Alter Ich muss hier raus Ich muss hier raus Warum kann ich hier nicht raus? Ich würde ja gerne raus Aber es geht nicht Junge Und jetzt hab ich kein Muni mehr Gleich gleich auf die Axt Danke Das hat funktioniert Komm jetzt Alter Alter jetzt Deine Scheiße Deine Scheiße Junge Treffen reichen ja auch immer Ohne jetzt Alter Alter Wollt ihr mich verarschen? Ihr hässlichen Wichser Alter Ich hab keine Heilung mehr Gleich Ich will hier Verfickt nochmal Raus Alter Was für ein Arschlochspiel Hier Honge Echt toll Alter Alter Es kommt der auch noch Alter Ich komm hier nicht mehr weg Ja wie Heilung Fick dich doch Alter Boah Jetzt fliegt es da hinten rum Scheiß Dinger Tun alles wieder Instand setzen Na Fick dich Fick dich Fick dich Fick dich Und deine hässliche Mama Nein Endlich Jetzt kommt es noch ihr dran Alter Ah Pass auf Ich krieg euch noch Dann reiß ich euch den Arsch auf Oh Mann Ach Noch einen Fick Du Komm Schneller aufladen Jetzt den Scheiß Na endlich Was macht es da hin Ja okay Der erste Arm passt Ich krieg euch den Arsch Ich kriege euch den Arsch Ich kriege euch den Arsch Ich kriege euch den Arsch